Hey Leute! Willkommen zurück zu Middle of Shadow of Mordor. In der letzten Folge haben wir jetzt ziemlich viel erlebt. Wir haben diesen Captain besiegt, die Sklavenlager befreit. Von dem habe ich aber nicht so viel herausgefunden, wie ich dachte. Über die Black Hand of Sauron. Das war ein bisschen, naja, keine Ahnung. Ich kann, wie gesagt, nicht so gut Englisch. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da was missverstanden habe. Egal. Jedenfalls das coole war, wir haben Gollum gesehen. Das war für mich ein persönliches Highlight. Und ja, ich glaube mit dem geht es jetzt irgendwie auch weiter. Ich wollte eigentlich heute ein paar diese andere Missionen danach machen. Um mal zu sehen, was das genau ist. Wird bestimmt auch interessant. Aber Gollum ist halt schon ein Highlight. Und deswegen verfolgen wir jetzt erstmal Gollum, wie ich sagen. So. Oh, was am Ende da unten schön ist. Will ich da hin? Ne, ich will da glaube ich nicht hin. Egal. Und zwar oben. Vorne ist auf jeden Fall irgendwas interessantes. Ich hole mal die Web raus. So, wir sind hier. Hier haben wir was, was wir noch nicht gefunden haben. Das ist neu. Also das ist praktisch das ganze Gebiet hier. Hau an. Das sind nochmal. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5 sogar. Fülle Thero, wer auch finden kann. Okay, ich will so erstmal das Gebiet hier fertig machen. Kann man hier den Wegpunkt hin gesetzen. Ah ja. Ja, perfekt. Okay, cool. Nice. Ah, wie sieht es mal das sauren Sammi aus? Schon deutlich weniger. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da können wir nix machen bei unseren Waffen wie die Fiend to the End. Epic. Epic. Ähm, Upgrades. Ne, da haben wir auch alles. Ich will mal gern so ein, so ein Viech hier fangen. Naja. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Wir gucken mal. Ganz leise, ganz vorsichtig. Ganz leise, ganz vorsichtig. So, an den Bogenschützen nehmen wir uns auch mal gleich vor. Da habe ich eigentlich keine Lust, die ich mitbekommen kann. Wenn ich beide nicht ausbekommen will. Ja, es gibt, finde ich, schon etwas schönere Gefühle. Aber naja. Nehmt das Seine. So. Ich muss jetzt eben durch das Zeichen sind. Ah ja. Okay. Cool. Nani hier, Gelaar Mordor. Äh, Dvenno. Wart. Ah, verstehe. Da gibt es verschiedene, mehrere Zeichen. Und die müssen wir alle finden. Okay. Cool. So. So. Okay. Okay. Irgendwas mit Mitril. Mitril sagt mir was. Ja. 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 Okay. Ja, okay. Ich werde das хладmen. Ja ja. Du bist wohl als Schaden abgefallen. Geht durch mich. Gar kein Problem. GAR KEIN PROBLEM. GUUUT. Ist das einfache? Das gibt's Geld. Du... Putin 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 Alles klar Zack Kann ich jetzt mal hoch rüber und das 4 Oh, das hat funktioniert Oh verdammt Scheiße Ja, alles klar Geh wieder da hoch Du kannst ja überall hochklettern Wunderbar, wie das funktioniert So Sehr schön, ey was Haha, nice Mach die ganze Orcs fertig Ne, ne, Moment Kass mir frei Oh, ach, danke Das andere macht er wieder ein Nein, stopp Wo ist es? Ah Nice Nice, nice Wir hat es geschafft Nice Cool Das ist immer richtig geil Nein Haha Ja Mal kurz runter Wollen wir uns rein Wollen wir uns rein Wollen wir uns rein? Wollen wir uns rein? Wollen wir uns rein? Wollen wir rein? Wollen wir rein? Ja, das ist immer ein Brave Katze Brave Katze Oder hast du einen noch nicht So So Was haben wir hier noch schönes Steckte Steckte Relicke Steckte Relicke Oh ja, ähm Ein Knoche? Mit dem ich es füttern kann? Super, klasse Ja Das ist sicher Heute alles Cool So weiter geht's Das ist immer noch Wie ist es? Gild-Gala Die 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 Das ist fast noch effektiver. Das ist ja mega effektiv. Das ist ja mega effektiv. Okay, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Ich bin schon praktisch über diese Grenze. Okay, hier ist sowas. Ah, hier ist das mit Gollum. Das interessiert mich doch mehr. So, okay. Ich geh mal da schier hin. Wo bin du? Wie ist das so witzig? worried? Ich bin so witzig. Was ist so witzig? Wie schön? Ja, ich kann mal Fasen rein. Niiice. Es ist nicht so cool. Haha. Oh, das war ganz schön. Sehr schön, sehr schön. Scheiße, das macht er nicht. Wir haben wohl lieber für dich. Ich hätte das hier nicht sehen. Oh nein! Nein, ich hab selbst gekillt. Oh, verdammt. Das ist natürlich wieder zu ehrlich. Komm, Magia. Wieder Sven? Was ist los mit deinem? Ist klar. Oh nein, mein Haustier. Oh nein, komm mal her. Oh nein, komm mal her. Was mache ich? Enter. Ah, ich kann Lightning. Okay. Das ist das schnelle Ende. Was haben wir hier noch? Ah, das ist das Knockout und das da. Ah, in dieser kann man mit F direkt. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Geil. Cool. Ah, hier kann man ja noch die Ressourcen. Mehr Leben. Mehr Pfeile. Länger Fokus. Naja. Naja, Rune ist das für mal Schwert. Und für mal Boga. Und irgendwas anderes noch. Ah, das ist natürlich... Verlockend. Alles. Alles. Also mehr Pfeile. Das ist auf jeden Fall cool. Oh nein, ja. Ist das für mal Schwert. Geil. Ja. Und hier noch. Ah, okay. Das sind die Missionen oder was. Das ist auch nichts mehr. Okay. Okay. Nice. Okay. Ah, wo kann man noch? Wer kann... Kann ich da was machen? Ah, okay. Hier habe ich zwar Rune, aber noch keine Waffe. Okay. Entschuldigt. Ah. Ja, geh doch einfach durch. Ich will jetzt nur einer von Overkiller. Na, ist doch nicht so. Ja. Ja, das war jetzt der ganze... Volta, aber naja, ist noch nicht. Ich muss direkt Evert an der Stelle verstehen. Ich will jetzt mal Evert hier jetzt. Bestimmt ist hierher. Sinn. So ist das hier, oder? Ich will jetzt doch gerade los. Soاش. Ich will jetzt doch gradむ. Tag 이란, da meine Frau. was ist da drin? Zeilen Sie? Ich geh mal kurz her. Ich geh hinter Aedalock, wo alle in Tart. Jetzt im Heidlik so gut wie die ganze Größe. Was? 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 Ach so, ach so. Ach, was ist denn hier? Ist auch der Leider. Ich bin da. Das ist so gut. Das ist so easy. Wie habe ich das jetzt schon takt? Das war was schon mal. Wann der echt heim? Was ist das denn für eine Funk? Keine Angst vor dem Tod haben. Naja. Okay. Wie geht man es noch mal? Was ist das? Das ist... ...schwarze Thron. Was ist da hinten dran? Ich weiß nicht die Gebiete, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und du fühlst dich, er hat Antworten? Für beide. Wir müssen ihn dann finden. Es sollte nicht zu schwer sein. ... ... ... ... ... ... ... Da sind sie nicht so großartig. Was ist das? Ich dachte, ich hörte etwas. Okay. Be wary. This creature leads us to power. Das ist der Killer. Ah, Extentation. Ah, ah, ah. Warte ich doch. So, Extentation ist verloren. Ich verstehe. Ich rede auch. Ich glaube, das steht wieder. Das ist so geil. Okay. Ich denke, es gibt so viel zu viel. Ich denke, es gibt so viel zu viel. Ich denke, es ist noch nicht so geil. Ich glaube, es ist noch nicht so geil. Wie könnte ein Roten wissen, ob ein Wraith? Es ist irgendwie mit mir verbunden. Ich fühle es. Ich denke, es ist noch nicht so geil. 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 Ich denke, es ist noch nicht so glücklich. Ich denke, es ist noch ein Stück. Es ist noch ein Stück für mich. Aber schon hier bin ich doch gekommen, muss ich hier weiter. Ich bin jetzt zu Gollum. Ich bin jetzt hier. Das ist doch so, Junge. Die Runds-Tracks führt uns direkt in die Kadergore-Cave. Da! Es ist auf der Runds! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Was ist das? Warte, was ist das? Die 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 Ich Das ist Okay, das war's mal. Warte, steh her! Warte, steh her! Warte, steh her! Warte, jetzt! Warte, 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 warte! Hey! No, ich weiß nicht was... Das sieht man aus, weil ich das so... Ach, ja, ja. Ja, ja. Oh, ne, ne, ganz ruhig. Ich will dich doch zählen. Ich wollte hier noch abgelenkt, bis. Verdammt. Das fies ist echt schwer. Ich sehe mich letztendlich. Oh, verdammt. Ich finde ihn irgendwo. Er wird erinnern, Precious. Wir werden ihn machen. Er ist, Precious. Wir müssen ihn zurück. Wir müssen ihn zurück. Schnell. Schnell, Precious. Schnell, Precious. Ich denke, du kannst mich so schnell aufstehen, okay? Nein! Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Was weiß er von ihm? Precious Master. Wir sind gewinnen. Precious Master kam zu uns. In unseren Tränen. Sie... ...undары, we shouldn't matter. Sie war unser Shadow. Das ist wichtig. Das war sie. Sie war unsere zählen. Sie war unsere zählen, wie die Einstellungen der gospodarischen Gästen. Do we die? Ich sehe mich... ...we schreie uns. Jetzt können wir doch irgendwo hier vertrauen nicht, aber wir brauchen ihn! Was haben wir? Cool, das war Gollum, nice Wir haben noch ca. 5 Minuten Enter, was ist wieder Enter jetzt? Na ja, cool, mit Blüte 3 Minuten hast du ein bisschen besser gefallen, aber das ist okay Ah ja, jetzt glaube ich, ich stehe hier hoch und dann bin ich ein bisschen zu hoch Ach, das ist Noah da Hallo! Ja, du, das war nur was bis zu spät, aber... Zeit, Zeit Zeit, Zeit Exekute! Exekute! Oh, verstehst du das? Sieht so aus, sie schlägt sich uns an. What? Der macht die ja alle fertig. Ich hatte alles nicht gemerkt. Na, cool. Alles klar. Gut, zack. Okay. Ich glaube, wir werden den Erfolg kriegen. Nee, nichts mehr hin. Nee, Freunde. Ich mache hier einen Schnitt. Ja, war mega geil, finde ich. Wir haben Gollum noch gefunden. Der Spiel ist auch eine entscheidende Rolle. Eine entscheidende Story. Er hat für einen Bright Master geträumt. Wir werden ihn auch jetzt ab sofort Bright Master. Wir haben so einen Vieh gebändigt. Ich fand's mega geil. Ja, und dann hoffentlich sehen wir es in der nächsten Folge. Vielleicht in der nächsten Folge. Das würde mich mega freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Bax.